Nice. Oh, er hebt ab. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Oh, da ist wer drinnen. Dominik. Der kommt mit dir ins Team. Sorry, Dominik. Jawohl. Ja, als ob er schon direkt easy ins Sniffers Tor gemacht hat. Guck, jetzt macht Dominik durch das Tor, weil Dominik ist Profi. Wahrscheinlich ist er Profi. Ja, guck doch. Zack. Guck, guck. Ja, easy. Weg damit. Nein. So viel dazu. Gegen den Pfosten geschossen. Ich schluck mal. Oh, über die Bande. Oh nein. Dominik hat... Ja, Dominik hat einfach nach vorne. Er denkt sich so, weißt du was, ich mach jetzt einen auf Ego. Aber er gönnt sich auf jeden Fall. Ey, ja, wahrscheinlich. Er hat die Chance ausgenutzt. 2 zu 0. Ja, dann mach doch alles extra, liebe Freunde. Äh, er hat einfach wieder Disconnected keinen Bock mehr. So, jetzt hab ich natürlich schon eher die Chance zu gewinnen. Achtung, von dir aus gesehen. Ah. Ich wollt eigentlich ins Eck machen, Mama. Äh, warte. Zack. Oh, was machst du? Was? Oh mein Gott. Pfosten. Jetzt aber eh fehl. Oh, schade. So, rechts, links täuschen. Und Schuss. Und er ist drin. Oh, mein Nacken, ey. 2 zu 2. Iiiiiiii. Yeah. Jetzt aber. Ja, das ist ja. Das macht ja schon fast keinen Spaß. Gewonnen! Juhu! Nudelersjoined! Yay! Ich geh mit dem Japaner und du gehst mit Milchrechtsball. Wie? Ja, ich geh mit dem Japaner. Okay, Freunde. Es geht los mit dem ersten vernünftigen Spiel. Nudel und Milchrechtsball versus mich und ein Japaner. Ja, ich musste ja ewig auf euch warten. Ja, ich musste ja ewig auf euch warten. Ja, ist ja voll unten. Der Japaner ist ja in jedem Spiel gut. Ich weiß. Ich musste ja ewig auf euch warten. So, jetzt mal schauen. Ich bin jetzt mal ein bisschen weiter hinten. Mal schauen, was der Japaner so alles kann. Oh, er schießt direkt. Nudel! Ich spiel mal auf mich, bitte. Teamwork. Oh, der kennt doch sowas wie Teamwork nicht anscheinend. Pass auf, Yucuri. Yucuri hat den Ball. Yucuri spielt. Ey, er rennt viel zu weit nach hinten. Ich laufe nach vorne. Schieß! 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 Und der ist easy drinne. Huiiii! 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 Oh, was macht Yucuri? Der macht immer genau dasselbe, was ich mache. Ich kann mich auch nicht gut mit dem besprechen. Doch, kannst du? Ja, ich kann nur mit dem schreiben. Ihr könnt ja auch miteinander schreiben. Ich hab keine Tastatur. Meine ist kaputt. Ja, steht schon mal gut. Ja, gib ihn weiter. Komm, Yucuri! Yucuri, schieß! Jaaaa! Komm, der geht rein! Der muss reingehen, bitte. Yes! 3 zu 1! Standbild! Der lebt wieder ab! Oh! Yucuri ist weg! Nein! Oh! Karim! Hey! Karim, join me! Karim, du musst mit mir mitspielen! Karim 20? Ist die so alt wie ich? Ja, vor drei Jahren wahrscheinlich so. Oh! Ein Tor! Nice! Ja, dieses Spielfeld ist wirklich zu groß für 2 gegen 2, ne? Oh! Instant gehalten. Hier ist der beste Torwart ganz Deutschlands. Neben Manuel Neuer. Oh! Der perfekte Pass auf Karim! Karim, wir sind ein super Team! Komm, Karim! Karim laufen! Schieß! Schieß doch! Schieß doch! Schieß doch! Schieß doch! Schieß doch! Der Band ist natürlich ganz praktisch. Wie bei Kickers ist das hier? Ja, ja, ja! Oh! Falsch rum! Seid ihr aus dem Alter raus, dass ihr Kickers kennt? Kickers? Die Anime-Serie? Die Serie? Ja! Die Anime-Serie mit Gregor und mit Mario im Tor. Ich bin Gregor! Nein! Ich bin Gregor! Ich bin eine dreckige Dan! Oh, wie ihr als ob den du noch gehalten hast! Nein! Was mach ich denn? Oh, wie knapp! Zack! Nein! Zu starkes Effekt! Ja, also beschweren würde ich mich dann normalerweise nicht! Beschweren kann ich mich dann normalerweise eher wie... Bad Spidget Finn Batman! Das ist normalerweise nicht mein Lieblings Bad! Äh, nicht mein Lieblings Spidget Spidget Batman! Spidget? Finn? Äh, nix gegen den! Ich hab den Danny Jackson eine Zeit lang geguckt. Generell ist auch seine Schnittart so, wie ich es gerne früher geschnitten hab. Also jetzt eigentlich auch, wenn ich die Zeit hätte und so. Und mir ganz, ganz viel Mühe gibt, dann würde meine Videos auch mal so aussehen. Dann sind sie mega viel geschnitten. Ja, moin! Man kann Information angreifen! Ich nehme mal die Scheren-Formation. Habt ihr auch die ungeklickt Videos geguckt? Ja, klar. Mann, Milchrassboy! Jetzt gib den Ball doch mal ab, mach kein Ego! Mach nicht diesen! Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh! Oh! Komm schon, der muss... Was? Er bleibt direkt vor dem Tor stehen! Ey, was? 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 Ja! Als wenn! Komm, Karim! Wir machen das 2-0, äh, 3-0 gegen drei Leute, obwohl es 2-0 sind. Wollen wir einfach kein Ding? Ja, der dritte ist ja noch gar nicht so lang dabei. Du machst uns immer schlecht. Das finde ich echt nicht gut für dich. Aber das ist ein Japaner! Ja! Also soziales Stück. Ballert einfach durch! Ich steh da! Nein! Ich rass, weil du verkackst sowieso. Ja! Du bist so unter Druck, du schießt jetzt ganz doll daneben. Bitte! Ich würde es so richtig gönnen! Ja! Hattest du daneben geschossen? Ich hätte dir 5 Euro gegeben. Echt? Ja! Schade! Hab ich mal gewacht! Nein! Der Japaner ist wieder weg! Nein! Yakuuri Prime! Yakuuri! Man Yakuza! Von Kuruno! Was? Du bist so dumm! Bitte! Versuch nachzudecken! Okay, danke! Bitte! Versuch! Nachzudecken! Ja, ja, ja! Das war doch links! Ja, bumm! Oh! So werden die haben! Nein! Doch drinnen! We did it! We did it! We did it! Yeah! Jetzt zeig dir dann! We did it! Kennt ihr das von Dora? Ja! Meine Schwester hat das früher gesuchtet! Ich habe das auch früher gesuchtet! Jeder hat das, glaube ich, mal gesuchtet! Komm, Karin, du bist noch da! Du bist unsere letzte Hoffnung! Du bist nicht spoilern! Oh! Norde! Hä? Du kriegst nach der Aufnahme so einen richtigen Spoiler! Ja, was darfst du denn? Was schreibt die denn da? Wenn das das sein soll, was es ist, dann ist dieses Mädchen anscheinend ganz komisch. Oder ist Karin gar kein Mädchen? Wer weiß es nicht? Spiel wieder nach rechts, bitte! Okay! Ja! Ah! Nice! Ah! Man of the Man! Was? Hä? Wieso ist Noodle Man of the Match? WTF? Weil er zu schlecht war! Ich habe eine Frage! Jo, was gibt's? Auf Instagram hat mich jemand gefragt, ob ich bei einem deutschen... Hast du Instagram gecheckt? Das ist der Typ! Ja, habe ich! Warte! Null! Ich sollte bei einem DFB-Pokal mal... Wie war das? Das Aufnehmen im Prinzip oder vielleicht auch mitspielen. Konnte ich leider nicht annehmen, weil ich in der Prüfungsphase war. Ich wusste nicht wann das ist. Aber anscheinend ist das erst im September, von daher... Ich fühle mich sehr geehrt. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Wie hat er mich denn der Typ jetzt gefunden? Hat er einfach meinen Namen gesucht? Hat er gesehen, dass ich online war? Der Server heißt Nudel ist doof. Ja. Wenn man Nudel kennt aus anderen... Wolf, wie die, Let's Plays... Ja, aber da musst du euch ein bisschen weit denken, oder nicht? Denkst du, deine Abonnenten sind nicht so schlau? Ist ernsthaft so. Sogar Nudel und ich sind deine Abonnenten. Guck mal, wie schlau... Ja... Wir ziehen den Durchschnitt ja so hoch! Daran habe ich mir ein Beispiel genommen, deswegen dachte ich ja nicht, dass sie so schlau sind. Okay, Nudel, komm! Wir ziehen den Durchschnitt ja so hoch, deswegen... Leute, was macht ihr denn? Könnt ihr jetzt ein bisschen nach vorne spielen? Nudel! Gut, so kurzer Pass. Nudel! Ah, was machst du? Ich will ihn weg haben, man! Du schießt ihn wieder ins Tor fast. Alter, was ist hier nie los? Weg damit! Jawohl! Achtung jetzt! Perfekter Ball auf dich! Der ist guuuuut! Nein! Oh mein Gott, gegen die Latte, ey! Wo du auch die ganze Zeit noch nicht mehr hast. Stimmt noch gar nicht. Oh! Ja! Easy going! Ich bin ein Fidget! Micheresball Nachschuss! Ja, wahrscheinlich in die andere Richtung! Ja, ich habe es nach hinten gepasst! Flanke! Micheresball... Oh! Nudel, was für ein guter Schuss! Der war richtig gut! Nudel! Nudel! Nein! Nein! Ich konnte ihn nicht reppen! Der war gar nicht vorzeitig schlecht! So weißt du? Micheresball geht rauf, Nudel geht woanders hin! Oh mein Gott! Was? Ja, Tobi, du bist ein schlechter Torwart! Komm, Michi! 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 Es könnte gleich eine Marke von Milchreis sein! Michi! Trash Tobi! Yeah! Beleidige mich, ey! Fresh Tobi! Yeah! Nein! Was mache ich mit einem Nudelich-Idiot? Auf Kampf die Aufnahme wieder starten! Er hat ein Tor geschossen, das habe ich jetzt nicht aufgenommen! Toll! Beschweren kann man nicht sagen, aber es ist auch weniger! Micheresball, das ist perfekter Pass! Micheresball, Michi! 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 Nein! Ja, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich! Ja, guter Pass von mir! Ja! Ja, ne, der ist perfekt, der ist direkt! Weil, äh, Lappenpass? Ja, ich weiß nicht! Nein! Latte! Komm schon! Ohne hinzugucken! Ohne hinzugucken! Ohne hinzugucken! Ah, die Latte! Ja, liebe Freunde! Das ist, äh... Ja, okay! Eine Runde geht noch, oder? Ich sage extra nicht springen! Oh, rein! Nicht! Nein! Oh, 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 oh! Ja, er springt einfach! Cooler Typ! Nudel? Ja, hier, hier, Tobi! Ah, der ist so doll! Okay, da geht auf mich! Woll ich stehe in der Mitte? Ja, ich hab... Ja, moin! Ich bin... Ich pack grad zurück! Hä, da ist ja fast drinnen sogar! Hä, da ist drinnen? Jaaa, wie cool! Huiiii! 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 Hinten, hinten! Ja, oder vorne Nudeln! Ja, das ist gut! Das ist gut, das ist gut! Ja! Macht er ihn alleine, oder macht er nach hinten? Auf sicher! Auf krampf! Auf krampf! Ja, das ist gut! Auf krampfiges sicher? Nein! Auf den Mann hab ich geschossen! Sorry! Nicht alle auf dem Fleck! Ja, schön abgenommen! Mich rechts mal schießt! Jaaa, easy! Hau rein! Fähr doch so weit! Mich rechts boy! So, ich würde sagen, das war es auch schon mit dem Video. Welches Video gefallen hat, dann lass natürlich einen Daumen da und ein Abo und so! Es hat richtig Bock gemacht! Und Rennfreude! Ciao!